Willkommen zurück! Hispania! Aye! Die Räuber haben meinem Papa Costa Ibravo Gift gegeben und ihn entführt, damit er in einem Stierkopf teilnehmen kann. Ähm, ja. Noch irgendwas anderes. Wie muss ich ihn befreien? Er kann nicht gewinnen, weil er Gift genommen, weil sie ein Gift gegeben haben. Deshalb muss ich den Stierkopf machen. Jetzt nehmen wir den Sehläuber. Wie ihr auch was seht. Die sind verrückt. Die müssen ja auch passen. Das sind so Leute, die... Ähm... Was hab ich da? Die stehen ja einfach hier. Und wenn sie dann runterfallen... Ich hab's gesehen. Naja. Ich weiß sie einfach aus. Warte auf! Ich bin runtergefahren. Ich fahre immer runter. Nein! Ruck! Sehr gut! Die müssen wir einfach überspringen. Eigentlich was ich machen kann. Boa, soll ich das wissen, bitte schön? Boa, sollen wir das wissen, bitte schön! Boa, soll ich das wissen, bitte schön? Da muss ich runter, glaube ich. Oder? Ich glaube, ich bin falsch. Oder? Ich weiß es gar nicht. Doch, übersichtlich. Gut geschafft! Das waren die Seerräuber. Was kommt denn jetzt? Die viele nähen. Das sind Tivi, das hier ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Oh, das wusste ich jetzt gar nicht. Das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist so, so viel zu tun. Die leiste Hände ist auf! Die Leipzig sind vor, denen bieten sie. Das wusste ich eigentlich, den mann, der das nicht geht. Der hat einen Unmengen. Der hat einen Unmengen. Der hat einen Unmengen. Ich habe einen Unmengen lassen. Acht, ach o, ja... Oh meinst du, da... Ich hab's gewonnen. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Was war's für die Münze oder wie? Ah, da was war's! Oh! 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 So, ich hab's nicht gleich zum Ende sein. Nein! 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 Scheiß-dreck! Scheiß-dreck! Oberscheiß-dreck! Verdammt! Och, Mann! Ich hab's ja fast am Ende! ich muss doch sterben oder wie oh man noch mal was hat so viel Spaß macht aber ich mein sieben uns künftig einen Cut bis zum nächsten Mal tschüss